In diesem Video geht es mal darum, wie man prinzipiell vorgeht, um an einen Körper, einen zweiten Freiform-Körper anzutocken. Das könnte sowas wie eine Teekanne sein, mal im einfachsten Beispiel. Und schauen wir uns das Ergebnis mal an. Das Ergebnis wäre also hier der Körper der Teekanne und wir hätten dann hier unten den Anschluss dazu. Das erste, was wir brauchen, ist eine Menge von Konfigurationsobjekten. Die habe ich alle in einem Part-Design-Body gepackt. Das sieht jetzt einfach so aus. Ich habe hier eine Datum-Plane und in dieser Datum-Plane liegt dieser Sketch drin. Das ist das Backbone, das ist also die Richtung, wo der Ausguss langgeführt wird. Und dann haben wir hier 1, 2, 3 Sketche mit den jeweiligen Profilen. Und die hängen in diesen anderen Datum-Planes drin. Das heißt, das kann man dort drüber ganz gut organisieren. So ein Datum-Plane ist immer festgelegt mit einem Punkt. Das ist hier auf der Backbone-Kurfer der Punkt. Und die Linie ist eine Sketch-Linie vom Backbone. Und darüber geht man dann über die Normal-Zur-Fläche, legt man diese Datum-Planes auf. Und dann kann man da drin schön editieren. Und aus diesen Sketchen hier kann man jetzt einfach entsprechende Kurven erzeugen. Die sehen dann so aus. Also nochmal die Sketche dazu. So sieht das aus. Und die Sketche sind eben einfach Linienobjekte. Und die Kurven sind dann berechnet, sind abhängige Sketche davon. Das sind Python-Sketchen-Objekte, die das machen. Okay. Das nächste ist jetzt, ich brauche den... Ich lösche die mal wieder. Ich nehme die Original. Wir brauchen ein Tube. Und hier ist jetzt auch schon mal die Rasterung drauf. Und wenn ich jetzt mir meine Rippen mal anschaue, dann brauche ich hier einen Bereich, wo ich andocke. Und dazu muss ich jetzt auf dem Tube zusätzlich Knoten einführen, weil ich hier eine Zelle brauche, wo ich drauf gehen muss. Also ich gehe jetzt hier auf Ad Knot. Und wir haben schon zwei U-Knoten, die wir verwenden können. Das heißt, wir brauchen diesmal nur einen V-Knoten. Ein bisschen unterhalb hier ungefähr. Und den zweiten machen wir ungefähr hier, sodass ungefähr ein Quadrat entsteht. So. Schließen das. Und das ist also jetzt unsere neue Ausgangssituation. Wir nehmen dieses Teil, erzeugen hier auch mal ein B-Crit. Dann sehen wir, das ist also unsere Kanne und die Öffnung soll hier sein. Von der Kanne brauchen wir jetzt für diese Öffnung ein Hilfsobjekt, eine Zelle. Das heißt, wir erzeugen eine Zelle und sorgen, die Zelle wird eingeschränkt von 1 auf 2. Und die Y-Richtung wird eingeschränkt von 1 auf 2. So. Jetzt haben wir genau die Stelle, wo dann die Öffnung rein muss. Und von dieser Öffnung brauchen wir jetzt genauso eine Hilfsrippe, wie hier auch. Das heißt, ich markiere jetzt diese Zelle und sage, als nächstes machen wir davon einen Border. Also wieder ein Beschreibungsobjekt für den Rand. Jetzt kann ich die Zelle ausblenden. Von dem Border erzeuge ich mir als nächstes eine Freiformkurve. Die sieht natürlich jetzt hier so aus. Also auch ein eckiges Ding kann eine Freiformkurve sein. Das ist das Schöne eigentlich, dass alles Freiformkurven und Flächen sein können. Und das nächste, was ich brauche, ich brauche jetzt für den Flow hier weiter zusätzlich zu diesen vier Ringen, die ich habe, auch noch Tangentialkurven. Am Anfang wird man die nicht ändern, aber ich brauche die schon. Ich habe die vorgesetzt. Und die sehen jetzt für die anderen Objekte einfach so aus. Jetzt muss ich mal schauen, das sind die Helfer. Da liegen die drunter. Das sind also immer parallele Kopien. Und das gleiche machen wir jetzt von dem letzten auch. Von dem Sketch erzeuge ich mir jetzt auch einfach Tangent Helper. Dann haben wir drei Stück. Die innere brauchen wir in dem Fall nicht. Die kann ich wieder löschen. So, dass wir am Anfang zwei haben, also den Anfang eine Tangentialbeschränkung. Zwischendrin haben wir immer eine Hauptrippe und die Tangentialbeschränkung. Und am Ende haben wir wieder zwei Rippen. So, und jetzt werden die einfach alle genommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und daraus erzeuge ich jetzt ein B-Face. Und dann dauert es einen kurzen Moment. Und nichts passiert. So, irgendwie hätte ich mich da vertippt. Also das Ergebnis ist jetzt das. Was wir jetzt sehen, ist, dass das hier hinten drin verdreht ist. Da die einzelnen Sketcher ja nichts voneinander wissen, kann also der Ansatz eben zu einer komischen Überlappung führen. Manchmal ist das auch gewünscht, wenn man was drehen will, aber in dem Fall nicht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit hier einfach so, dieses Anstücksschluss, das erste, wir wollen mal die Reihenfolge umdrehen. Der soll andersrum laufen. Und dann sieht das schon mal besser aus. Diesmal können wir zumindest schon mal durchschauen, aber es ist immer noch verdreht. Und jetzt muss ich hier diesen Offset einfach mal ein bisschen ändern. Und irgendwann mal komme ich dann in einen Bereich, wo ich sage, jetzt passt er genau drauf. Das ist jetzt, ist hier eine Anschlussfläche gemacht worden, die genau wieder auf unsere Kanne passt und die dann langsam stetig zu den Ausguss übergeht. Und damit haben wir jetzt dieses Objekt stehen. Ich schalte jetzt mal die Helper aus. Ich schalte die Rippen aus. Ich schalte diese Hilfslinien auch aus. Und jetzt können wir hier von uns das Grid mal anzeichen lassen. Und wir schalten die Phase aus. Und damit haben wir jetzt diese Form. Das passt schon mal alles ganz gut zusammen. Das nächste, was wir jetzt brauchen, wäre eine Nacharbeit über die Form. Und das wollen wir schauen, wenn wir also jetzt hier oben den Body wieder öffnen. Ich mache mal die Datumpläne aus. Die brauchen wir jetzt nicht. Ich kann jetzt einfach hergehen, kann sagen, ich nehme jetzt den ersten Sketch hier oben. Und so, ich möchte gerne das hier weiter nach oben ziehen. Und dann merke ich einfach mal, wie sich die Form insgesamt hier ändert. Oder ich könnte eben auch sagen, ich ziehe das hier weiter raus. Dann entstehen natürlich manchmal auch Figuren, die wenig Sinn machen, dass die sich ein bisschen verdrehen. So, das heißt, das wäre die eine Änderung, die ich hier stetig machen kann. Ich kann auch den Anfang hier unten ein Stück verschieben. Und wir merken auch, diese Rippen, die stehen hier immer senkrecht auf den jeweiligen Tangenten. Das heißt, ich kann hier ganz einfach die Neigung einstellen. Können dann hier auch irgendwelche numerischen Constraints ransetzen. Das geht alles. Okay. Und das Zweite, was wir jetzt machen können, wir können also auch jetzt hier den jeweiligen Sketch hier ändern. Das heißt, wenn ich den jetzt hier nehme, dann kann ich einfach suchen. Ich mache die Öffnung hier am Anfang größer. Kann den auch eindellen. Das sieht man auch. Diese Symmetrie-Constraints, die wir hier haben, die sorgen dafür, dass diese Übergänge hier tangential und auch krümmungsstetig sind. Das heißt, wir haben hier G2-Übergangstetigkeit. Wenn ich hier nur parallel setze, habe ich G1. Und wenn ich gar nichts mache, dann bekomme ich hier eine harte Kante raus. Das könnte ich also dann auch machen. Wird ja manchmal auch gebraucht. Und das mal so was. Also wenn ich zum Beispiel hier das rausziehe, dann merkt man, man kriegt hier eine harte Kante. Die wird dann stetig, läuft die rüber in den restlichen Teil. So, ich gehe wieder zurück und wir schauen uns nochmal das Face jetzt hier an und können auch den Körper, der kann er uns anschauen und schauen uns das Ganze im Krümmungsbild an. Wir haben also jetzt hier hinten überall Stetigkeiten. Hier ist natürlich eine harte Kante. Hier haben wir noch nichts gemacht. Aber hier die anderen Bereiche, die sind jetzt schon soweit geregelt, dass die Übergänge halbwegs passen. So, und wenn wir jetzt das alles haben, ist dann der nächste Schritt. Wie kriege ich meine Kanne dann zusammen? Dazu nehme ich mir also jetzt mal hier die Zelle her, erzeuge davon eine Kopie, die liegt jetzt hier, invertiere die, damit habe ich jetzt das genaue Gegenteil. Sieht man hier, das ist also die Kanne ohne diese Aussparung und hier vorne ist der Abguss dran. Den kann ich jetzt auch noch ein bisschen mit einer schönen Farbe versehen und transparent machen. So, und damit habe ich jetzt dieses Objekt erzeugt. Und wie gesagt, das Ganze ist jetzt stetig und ich könnte jetzt auch hier innen diese Übergänge, die da stetig sind, auch noch verändern, indem ich jetzt hier gehe und suche die Helper, die ich hier drin habe, wenn ich die auseinanderziehe, dann ändert sich da. Was zum Beispiel, wenn ich jetzt das hier hernehme und ich suche, ich bewege das, dann wird hier der Übergang etwas softer. Und das kann ich mit dem anderen auch machen. So, auf diese Weise bekomme ich hier weichere Formen. Hier hinten wäre genau das Gleiche möglich. Ich gehe also hier hin und suche dieses Objekt, bewege ich jetzt in die Richtung. Dann wird auch dieser Übergang weicher und ich könnte auch hier oben Feinheiten machen können. Ich ziehe das ein bisschen runter und dann ändert sich diese Form. Also diese Hilfslinien haben auch ihre Berechtigung, wenn es um die wirklichen feinen Details geht, um das Layout schön zu machen.